Rund 570.000 Kunden aus mehr als 180 Ländern vertrauen Micross. Auch 2014 stellt das Unternehmen auf der Euroshop wieder seine Lösungen in Soft- und Hardware vor. Herr Freund, was sind die Themen, die den Einzelhandel aktuell bewegen? Eine wesentliche Herausforderung sind mobile Lösungen. Es ist so, dass die Kunden mittlerweile durch Nutzung von iPad oder Smartphones sich eine hohe Transparenz im Markt verschaffen. Das ist für den Händler Herausforderung und damit Chance und Risiko gleichermaßen. Einerseits kann man die mobilen Devices nutzen, dergestalt, dass man den Kunden damit anspricht. Und andererseits hat der Konsument natürlich die Möglichkeit, sich eine hohe Markttransparenz zu verschaffen. Was genau kann der Einzelhandel tun, um die Mobilität seiner Kunden gewinnbringend zu nutzen? Eine zentrale Voraussetzung ist ein durchdachtes Omnichannel-Konzept. Das heißt erstens, dass ich die Transparenz über meine eigenen Daten habe. Das heißt Lagerorte, Warenbestände, Supply Chain insgesamt. Und zum Zweiten auch eine Transparenz darüber habe, was und wer genau sind meine Kunden. Wenn ich die beiden Dinge zusammenführe, dann versetzt mich das als Handelsunternehmen in die Lage, Kunden umfassend zu bedienen. Stichwort Kundenbindung. Was bieten die neuen Technologien dem Einzelhandel hier? Über Social Media oder über E-Mail und SMS-Verkaufsaktionen können wir Kunden in die Lage versetzen, ihre Kunden direkt zu erreichen. Das ist ein zentraler Punkt. Ein weiterer zentraler Punkt sind aber natürlich klassische Loyalty-Programme. Das heißt, dass ich in der Lage bin, Bonusaktionen, Kundenkarten oder Gutscheine über mobile Devices zu nutzen. Ich als Handelsunternehmen verschicke die an meine Kunden und mein Kunde kann dann in den Laden kommen und unmittelbar mit seinem mobilen Device diese Gutscheine einlösen oder seine Kundenkarte nutzen. Und was davon können Interessenten bei Ihnen auf dem Messestand sehen? Der zentrale Punkt ist sicherlich das Thema Omnichannel-Management. Das heißt, eine integrierte Lösung für Handelsunternehmen. Das ist auch das Zentrale, was wir hier präsentieren. Daneben gibt es aber natürlich jede Menge mobile Lösungen, um den Kunden zu begleiten auf der Verkaufsfläche. Und das Ganze verstärkt durch eine auf den Handel zugeschnittene CRM-Lösung, die den Handel in die Lage versetzt, eine hundertprozentige Transparenz einerseits des Kunden, aber andererseits eben auch der Supply Chain zu haben. Ein Besuch auf unserem Messestand lohnt sich in jedem Fall. Das ist ein Besuch auf dem Messestand.